Und wir müssen gleich mal Helden anlocken. So, Marktplatz. Und am Marktplatz gleich ein Garthaus. So, wir sind schon mal die Ersten. Soverein, your Marketplace now serves you better. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Highness, we've improved the Garthaus. I take the path less traveled. Schaps collector. I held. Soverein, your Marketplace now serves you better. Der Kartenrad ist immer noch gefährlich. Soverein, a building has been upgraded. Aber bis jetzt nichts. Soverein, a building has been upgraded. Your Majesty, a new building is complete. So, jetzt wähle ich erstmal mein ganzes Geld los. So, jetzt wähle ich erstmal mein ganzes Geld los. Soverein, a building has been upgraded. Your Majesty, a new building is complete. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. Da ist eine Nervensäge von Troll gespawnt. Die ist aber nicht so heftig. So, Protection Ring ist auf jeden Fall wichtig. Und Amor ist wichtig. Und wenn's soweit ist, hier hier die Pauschenz. Your Marketplace now serves you better. Huh. Majesty, the local blacksmith offers new services. Honoriatis. Honesty, your trading post now offers healing potions. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Pestilence and decay. Honoriatis. Oh ja, das ist praktisch. Honoriatis. Jetzt muss ich aber erstmal warten, bis Geld reinkommt. Der da ist nämlich gefährlich. Aber richtig. Deswegen guck ich, dass ich ihn loswerde. Oh ja. Da muss ich wohl noch ein bisschen mehr Geld reinhauen. Weil ich hab eigentlich Angst, dass er meinen Barbaren totschlägt. Genau. Und mein Magier. Und damit hat sich die Sache wieder erledigt. Nächster Versuch. Also ja, ihr seht, die Mission ist nicht einfach. Oh ja. Wir haben einen Außenposten gefunden. Wut? Und ich kann schon wieder neu anfangen. Mhm. Ich nehme den Weg weniger umgekehrt. Ihr Heinrich, unsere Forschung in der Bibliothek ist complete. Schön. Bis dort. So, wieder eine Schmiede. Hi-ho. 3 Cheers for Fervis! Get ready to rumble! So, Sosibar. Also, in der Mission kann ich wirklich nichts anderes machen, als immer neu starten, wenn ich Helden verliere. Ja, das war ein bisschen Fehl an Geld, aber... Das war ein bisschen Fehlbeest. In der Name des Sovereignes! Deine Majesty, ein neues Gebäude ist complete! So, Sosibar! Bauen wir auch gleich mal die Halle der Champions auf. In the name of the Sovereign! What do you want, Gardens? I know. A foul beast approaches. Majesty! The local blacksmith offers new services! An ill wind blows near. Yes, brother, help! Und das war meine Elfe! Das war meine Elfe! Das war meine Elfe! So, Sosibar! Und ja, ich sollte es vielleicht mit den Gebäuden am Anfang nicht übertreiben. Und mit den Bounties es nicht übertreiben. Ich nehme den Weg, mit dem weniger übertreibend. In the name of the Sovereign! I take the path westward. There comes trouble! Your Majesty! A new building is complete! In the name of the Sovereign! You won't get my gold. Omnia! Take that! In the name of the Sovereign! Ja, mein Heiler ist inkompetent. Haben wir auch gelernt jetzt. So, Sosibar! So, Sosibar! So, Sosibar! Ich habe halt selber keine Spells, nix. So, Sosibar. Amdura! So! Wo habe ich das? Wo hab ich da meine Spellbuch setzen? Sosibar! So, Sosibar! Long live the Elves! Leider habt ihr ein Problem damit, lang am Leben zu bleiben. Das heißt zum Beispiel auch gerade ärgerlich, dass sie überall verteilt sind. Genau, das war mein Magier und damit kann ich wieder neu starten. Ich kann halt leider auch meine Helden nicht fürs Erste alle zusammenhalten. Ich kann halt wirklich immer nur hoffen, dass die Gegner von einer Richtung kommen, wie jetzt gerade. In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! So, Marketplace. Und in. Das lief besser. Gibt also noch Hoffnung. Ich brauche ein bisschen gleich noch einen innen. Hier unten und da oben kommt der Meister. Da können wir doch bitte um die. Die? Zur Bounty brauche ich nicht platzieren. Ja. Ja. Ihr Marketplace now serves you better. Your Majesty, a new building is complete! Das Feder muss bitte noch weg. Ich hab halt keine Ahnung, ob die Gorgonen wir spawnen, also so wie die Militauren. So, mach bitte die noch kaputt. So, mach bitte. So, mach bitte. So, mach bitte.